Und hier zeigen wir Ihnen weitere Tipps und Tricks für Anwendungen mit dem WallPerfect W665 Sprühsystem. Selbst mit schwierigen Materialien oder auf stark saugenden Untergründen ist problemlos ein gutes Ergebnis zu erzielen, wenn Sie im sogenannten Kreuzgang arbeiten. Hierzu nach dem Auftrag von links nach rechts einfach nochmal von oben nach unten Farbe auftragen. Einfach, schnell und sauber, ohne mühsames Abdecken. Führen Sie einen Karton parallel zum Farbstrahl mit. Auch individuelle Ideen können Sie mit der WallPerfect W665 problemlos verwirklichen. Verschönern Sie Ihre Wände im Handumdrehen mit Schabloniertechnik. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Achten Sie darauf, dass Ihre Farben gut aufgerührt sind und Zimmertemperatur haben. Angewärmte Farben lassen sich einfacher versprühen. Verdünnen Sie gegebenenfalls die Farbe mit warmem Wasser. Weitere Informationen finden Sie unter www.wagner-group.com Wagner – bringen Sie Farbe in Ihr Leben! – Untertitelung des ZDF, 2020